Das ändert alles. Eine japanische Zeitung ließ ein Tesla-Modell 3 komplett zerlegen und machte eine unglaubliche Entdeckung. Die zentrale Steuereinheit des Wagens scheint eine absolute Geheimwaffe des Autobauers zu sein, an die kein anderer Autobauer herankommt. Die Elektronik ist der andere Hersteller um Jahre voraus und die Konkurrenz gibt selber zu, dass sie keine Chance hätte, so etwas aktuell selber hinzubekommen. Und Tesla plant schon den nächsten Schritt. Hier gibt's täglich spannende Science-Videos, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Mengenmäßig sind die großen etablierten Automobilkonzerne wie VW oder Toyota, Tesla um Längen voraus. Sie verkaufen rund 10 Millionen Autos pro Jahr, während der E-Auto-Pionier zuletzt knapp 400.000 Autos in einem Jahr verkauft hatte. Bei einem ist der US-Autobauer den anderen aber weit voraus. Bei der Technologie bereitet der Konkurrenz Kopfzerbrechen und das völlig zu Recht, wie die japanische Zeitung Nikkei jetzt aufdeckte. Die Zeitung hat nämlich einfach einen Tesla Model 3 in all seine Einzelteile zerlegt und ist bei der Steuereinheit über eine unglaubliche Entdeckung gestolpert. Die zentrale Steuereinheit namens Full Self-Driving Computer wurde im Frühjahr letzten Jahres auf den Markt gebracht und wird in den neuen Modell 3S und X verbaut. Sie enthält zwei maßangefertigte 260 Quadratmillimeter Chips für künstliche Intelligenz, die neben dem Fahrassistenten auch das Infotainment-System steuern. Und die Bezeichnung sollte man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Full Self-Driving Computer. Computer für uneingeschränktes autonomes Fahren. Wir können uns also an einem Finger ausrechnen, was Tesla mit dem nächsten Update machen wird. Und der Punkt ist, das Modul ist von Tesla selbst entwickelt worden und offensichtlich so intelligent, dass es den anderer Hersteller um Jahre voraus ist. Ein Ingenieur eines japanischen Autoherstellers sagte, nachdem der Computer untersucht wurde selbst, Zitat, wir können das nicht hinbekommen. Bei der Elektronik hat Tesla offensichtlich einen Vorsprung von ganzen sechs Jahren und Insider in der Industrie erwarten, dass andere Automobilhersteller frühestens 2025 eine solche Elektronikplattform entwickeln und einsetzen können. So eine Plattform mit einem starken zentralen Computer gilt als das zentrale Element für selbstfahrende Fahrzeuge. Auch Peter Frintl von der Technologie- und Innovationsberatung Altran ist überzeugt, dass der kalifornische Hersteller einen großen technologischen Vorsprung habe. Genau beziffern möchte er ihn aber nicht. In den herkömmlichen alten Autos hat jede Funktionsgruppe ein eigenes Steuergerät, damit diese unabhängig voneinander und dadurch von verschiedenen Zuliefern entwickelt werden können. Je komplexer die Modelle werden, desto mehr Steuergeräte brauchen sie auch. Das können bei einem Auto in der Oberklasse schon mal zwischen 80 und 100 Stück sein. Alle von verschiedenen Herstellern. Nicht so bei Tesla. Zum einen gibt es nur eine Steuereinheit und zum anderen sind bei Tesla die meisten Teile im Model 3 ausschließlich selbst entwickelt. Damit liegt auch die Kontrolle über die Entwicklung der Schlüsseltechnologien im Auto bei Tesla selbst und ist völlig unabhängig von Zulieferketten. Die sind bei den klassischen Autoherstellern wohl auch die Ursache dafür, dass sie so hinterherhinken. Laut Christian Senger, Mitglied des VW-Markenvorstands für das Ressort Digital Car & Services, stecken durch den Einsatz von Technologien Dritter in einem typischen Premium-Fahrzeug von VW 10 Millionen Silent Code, die sich auf 70 Steuergeräte verteilen. Diese laufen wiederum auf acht verschiedenen Betriebssystemen. Dadurch sei es unmöglich, für jede Funktion des Systems sogenannte Over-the-Air-Updates einspielen zu können, was Tesla mit seiner eigenen Software schafft. Für den Autobesitzer ist es also ein Riesenvorteil, dass die Tesla-Autos von der Software aus gedacht werden. Updates müssen nicht zwingend kabelgebunden in einer Werkstatt durchgeführt werden und Over-the-Air-Updates sind definitiv die Zukunft der smarten Fahrzeuge. Dass sie hinterherhinken, ist den großen Automobilkonzernen durchaus bewusst. VW-Chef Herbert Diess sagte im Januar selbst, Zitat, die Zeit klassischer Automobilhersteller ist vorbei. VWen plant deshalb sich zu einem digitalen Konzern umzustrukturieren, um diesen bremsenden Klotz am Bein loszuwerden. Der Wolfsburger Autokonzern baut dafür eine große Abteilung mit eigenen Software-Experten auf. Bis 2025 sollen sich mehr als 10.000 Expertinnen um die Software kümmern. Noch in diesem Jahr sollen dazu 2.500 Beschäftigte in dem Bereich eingestellt werden. Während die klassischen Autobauer technologisch noch von ihren Zulieferern abhängig sind, tüftelt Tesla fleißig weiter. Und das ist für die alten Autohersteller ein Riesenproblem. Jeder und jede, die einen Tesla-Probe fährt und dann ein Elektroauto eines traditionellen Autoherstellers wird merken, dass Tesla den anderen Fahrzeugen haushoch überlegen ist. Infotainment, Navigation, Reichweitenberechnung, Supercharger, Antrieb, Autopilot und und und. Die kalifornische Firma hatte Volkswagen im Januar erstmals beim Börsenwert überholt und arbeitet eigenen Angaben zufolge schon am nächsten großen Chip. Laut Tesla-Chef Elon Musk soll der nochmal dreimal leistungsstärker werden als der aktuelle. Es wird also schwierig für die etablierten Konzerne, die Aufholjagd im aufstrebenden Markt der vollvernetzten Elektroautos noch erfolgreich zu schaffen. Elon Musk, geheime Batterierevolution bei Tesla. Anklicken, anschauen und Clixoom Science & Fiction ja Kanalmitglied werden am besten. Damit könnt ihr unser Projekt mit einem kleinen Beitrag unterstützen und ihr bekommt unsere Videos vor allen anderen als exklusiven Link nur für Kanalmitglieder. Ich bedanke mich schon mal im Voraus für euren Support. Bis dann, bleibt dran!